Such mir die beiden mal, ne? Beziehungsweise quatschen wir mal mit denen. Jungen Damen. Dann bin ich auch mal gespannt. Warum kommt die mir so nahe? Ich habe Angst. Ein Messschieber. Forschungslabor. Schön in die CT-Röhre. Let's go. Menschen, Leute da alle. Ja, die wandern halt einfach nur rum. So, okay. Eine ist hier. Eine ist da. Ja, ja, ja. Okay, wir reden erst mal mit ihr. Das sagst du. Vielleicht bin ich hier auch richtig. Nein! Ist die gerade weggelaufen, weil ich was geklaut habe? Irgendwie klaue ich momentan sehr viel. Wo sie denn hin? Wird die zurück? Hä? Was macht ihr denn da jetzt? Eine ihrer Patientinnen ist irgendwie... Durch. Durch. Scheint hier auch nicht so schlecht zu gehen, wenn die hier rumlaufen kann, oder? Hä? Hä? Was ist denn los mit der? Wieso rennt die hier die ganze Zeit? Komm, wir warten einfach mal eine Stunde. Geht sie wahrscheinlich wieder an ihren Platz, hoffe ich. Hä? Was ist los mit ihr? Ja, komm, jetzt setze ich wieder hin. Das ist doch schön. So, dann gehen wir jetzt mal rein. Ich bin auch ganz unauffällig ein Polizist. So, schönen guten Tag. Jetzt etwa jeden in die Patientenzimmer? Ja. Entschuldigung, was gibt dir das Recht, hierher zu kommen? Du bist nicht meine Pfäzigerin. Geht raus, bevor ich für Sicherheit kenne. Die Stimme hier. Markzeit, tut mir leid, dich zu sterben, aber ich muss kurz mit dir reden. Du bist angespannt. Hast du was zu verbergen? Äh, die hier gibt dir das Recht. Achso, die hier gibt mir das Recht. Ich bin Herod, äh, Deputy Harold McDowd von den Freestyle Rangers. Okay, du steckst in Ernst Schwierigkeiten, Maya. Ich rate dir dringend zu kooperieren. Ich will einfach nur wissen, warum du hier bist. Die Wahrheit. Wir haben nur Informationen. Was hat dich in die Klinik geführt? Ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit. Okay. Es gibt noch keinen Grund, für uns ein Problem zu haben, oder? Automatisch überzeugen kann ich auch. Ja, ja, okay, ich verstehe es. Hey, schau. Look, nothing I told you was a lieb, but yes, there is more to it. You can think of me as a freelance information broker. I came here to acquire classified research materials so I can sell them. Mm-hmm. Yeah, I realized it's illegal, but it's a victimless crime. Nobody gets hurt. As you can imagine, I'd rather this information not get out. I'm happy to compensate you for your understanding. Äh, behalte ein Spritzgerät, das melde ich Ranger, äh, Ranger Armistead. Ja. Do what you feel you must. I'm sure Ranger Armistead will be more amenable to my offer. Klar. Don't let this fool swear your decision, hm? You're doing the right thing. Ja, ich weiß. People joke. Say those baroon zealots worship a snake. So, dann quatsch mir mal hier mit denen. It ain't a snake. It's some kind of celestial being. They call it a great serpent. John Joseph. Oh, Gott. I should never eat that. That, uh, whatever it was. Ja, John, then you shouldn't do that. Doctors still don't know when we'll be okay to leave. Jet Joseph and John Joseph. Brothers, yeah? There's some knife. Oh, hey buddy, I'm kind of suffering here. Can you leave me, baby? Jet Joseph. Hey there. You're a patient? That I am, that I am. I'm lucky to be alive, apparently. I mean, my brother here, they've been patient for going on, what, four or five months now? Good Lord. I being the stronger and smarter one, am recovering quickly. Still sick as a dog, but the doctors let me roam around and visit my infirm brother here. He's in a coma for months. He's only now making some sort of recovery. Well, I think it's all right. I've seen the sound of my brother and I would be dead if we never came here. Doctors are nice enough. Treatments aren't too bad. Food's all right. That doesn't mean I'm not counting down the days until we can leave. I've mentioned to go back home. Okay, what's passiert? This genius brother of mine was begging me to go on a hike with him on Aquila. He's a real outdoorsy type, you know. Now, being a man of letters, I didn't want to go, but he just kept yapping. So, we go on this hike, right? We don't know where the hell we're going. Well, we got lost, stranded with no food or water. I told them to pack food or water, but the fool forgot. Well, we start scavenging for some food to sustain us and we come across this thing, like a plant, but I don't know what the hell the damn thing was. Looked tasty enough, so we ate it. Well, the damn thing nearly killed us both. Well, turns out, we weren't even that far from the city, so we were found by some bastard by, and here we are. We got real lucky. Alter Schwede, sicher, dass du der Klügere von euch beiden bist? Hunger kann einen zur Verzweiflung treiben. Immerhin habt ihr überlebt, ja. Yeah, well, not out of the woods just yet. Things have been pretty hairy for John here. But, I think you're right. It'll take more than that to kill the Jillson Brothers. Mhm, okay. Take care now. Ja, abgegrüßt. Alter Schwede, was, was wir pfeifen. Need to make sure those samples get this lost off. Vorratslager, okay, hier machen wir mal auf. Was haben wir hier? Mikroskop können wir nicht mitnehmen. Und das aber... Das ist sowieso die Hausapotheke, würde ich sagen. Mhm. Ich sehe es nur Personal. Da liegt auch keiner drin. Okay, viele Leute hier sind ja nur vier Leute oder so. Das ist ja gar nichts. Das kann ja dann nur noch sie sein. Sie wirkt aber... Okay, das Alter ist irgendwie... Überrascht mich jetzt tatsächlich. Das Alter überrascht mich. Aber man soll sich ja für gewöhnlich nicht täuschen lassen, ne? Man soll sich ja für gewöhnlich nicht täuschen lassen. Quatschen wir mit ihr. Und dann ist Doolin. Why, hello. Are you here to keep me company? I do hope so. I can't get any of these doctors or nurses to slow down and just check for a while. Well, they all claim they're too busy. They all claim they're too busy. You'd think he could be bothered to pay me a visit once in a while, given I've been here as long as I have. But no. All I get is the occasional letter apologizing because he's too busy to run the farm all by himself. So hire some help, I tell him. And then all he wants to do is complain about how my medical bills ate up all our money. Well, maybe we should move on. I have to ask a few questions. Can we please move on the topic? Oh, I'm sorry. Is it terribly boring for you to hear about how I'm ignored and neglected on a daily basis? Yeah. Yeah, that's the thing about me. You know, and that's just the problem with people these days. Everyone's got their head buried in a slate. Can't be bothered to talk to a real person. I swear, I'd get more companionship from a robot. Okay, I'm going to ask a few questions. You want to talk about questions? Uh-huh. Well, I've got plenty of those. Starting with how come these so-called doctors can't find anything wrong with me? I've got no end of pains, headaches, sore knees, sore back, digestive problems and in all manner of other ailments. I keep telling them, I must have caught some kind of alien virus, but these fool doctors can't figure it out. I'd had test after test for three months straight and I'm damn near broke from the cost of staying here. Oh, okay. Hattest also keine Notoperation. Du bist seit drei Monaten hier. Pretty sure I have. But you lose track of time real easy in here. All I've got is these white walls to stare at and nobody to talk to. Makes the days feel, oh, just about endless. We-weißt du was? Vergiss ich fertig. Hattest also keine Notoperation? Well, no, I suppose not. At least not yet. But don't be surprised if I do. Once they figure out this alien, parasite or virus or whatever it is that's gotten into me. Oh, so you're going to leave? Just like that? Ja. I thought the high and mighty freestyle Rangers were supposed to help others in need? Yes, me. I think that sterling reputation is getting a little tarnished lately. Well, go on then. Don't let the troubles of one poor citizen distract you from whatever higher calling you all answer to these days. Peace. Ja. Ist auch gerade wichtiger. Ciao. Okay. Würde jetzt aber tatsächlich lieber gerne einmal sie einmal verpfeifen hier, damit sie hier wegkommt. Ähm. Ähm. Da, 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 da. Leber war. Ne, dann doch gleich sehen. Und Sachenliste auf den Computer an. Gibt sich noch Red Mile. Äh. Für den Notruf im. Hm. Kann sie. Muss Bettchen. Good night euch. Ja, Klopperl. Dankeschön. Dir auch. Danke, dass du da warst. Schlaf gut. Ah ne, ich wollte das gar nicht aktivieren, Mensch. So. So, ich werde aber trotzdem nochmal mit ihm sprechen, bevor ich mit Ari spreche. Nehme an, du hast hier nicht viel zu tun. Ja, du würdest das genau sagen, dann. Auch wenn es so ein bisschen Probleme gab, was da fast nie ist, Freestar Sicherheit würde das behandeln. Die Wahrheit ist, diese Post ist, was du vielleicht nennen kannst, ornamental in Natur. Seit der Klinik kam unter Freestar Kollektivkontrolle, hat es hier ein Ranger. Ich denke, es ist, dass es als Erinnerung ist, wer in charge of this place ist. Okay. Einfach das Gespräch abgebaut. Wie lange bist du schon ein Freestar Ranger? Well, let's see now. I joined up in 2292, so that'd be 38 years now? Damn. Hard to believe. Now that I think about it. Almost 40 years. There ain't been many Rangers who served that long. I can promise you that. Well, offhand, I can only think of two. Cassie Hickson made it to 42 years before she caught a bullet from one of them Shaw Gang boys. He got himself all liquored up at Aggie's. That's over in Aquila City. Started using the passers-by for target practice. Oh, yeah. Then there was old Rusty Ortega. Had a good run of 52 years and retired to a farm on Montara Luna. Passed away just a few years back. Well, I suppose I don't think much about it, but when I stopped to count the years, well, they sure do add up. Well, R is a good kid. Sure as hell understands these machines better than I do. Jane Nakamori had to stand to be a detail-lieb. The woman who got rescued from her ship? I doubt she just happened to volunteer to tell you that. She had obviously something to hide, so I was convinced her to be honest. Well, that's good work. I know. You focus on your case and leave Miss Nakamori to me. I'll see to it. She doesn't cause any more trouble. I hope you do the right, colleague. Ari. Hey there, Deputy. Hey, how'd it go? Did you have any luck? I have a few questions about these patients. Okay, shoot. Wurde Jane Nakamori vor ein paar Tagen aus ihrem Schiff gerettet? The courier? Yeah, that's right. It was real touch and go there for a while. She was lucky to pull through. Miss Julian sagt, dass sie seit Monaten hier und wurde nie operiert. Stimmt das? Yep. She practically lives here. I gotta think the money is gonna run out sometime soon though. Oh, Alter. It's kinda sad, really. She clearly wants attention and someone to talk to. Just between us? I get the feeling the things with her husband aren't great. Yeah, brauche ich nicht, danke. I made some progress digging through the patient records and I have one more lead for you. Oh. Her name's Catalina Rivera. She was rushed into surgery for some kind of emergency procedure. I probably shouldn't say this, but she was in real bad shape. The good news is, she seems to fit your suspect profile. The bad news is that she's a guest in our VIP wing. That area is restricted to authorized clinic personnel. Even I can't go in there. Mhm, okay. Äh. Was kannst du mir über den VIP-Flügel sagen? Think of it as high-end care. With bigger rooms, better food and more amenities. Cost a fortune, of course. The VIP-Wing also provides privacy. And that's why only a select few staff members are allowed in. Yeah, well, I don't think the doctors here care all that much about where the Rangers are supposed to go. Dr. Cassidy is in charge of the VIP-Flügel. You need his permission to enter. Unfortunately, he's a real stickler for the rules. And the rules say no visitors without prior arrangement. You didn't hear this from me, but I happen to know that he keeps a spare access card somewhere in his office. I hope that helps you. Okay. Okay, 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 okay. Was haben wir denn da? Hast du den VIP-Flügel? Dann gehen wir mal hier rein. Was denn die, die, die treu ich? Ja, es ist Cassidy. Äh. Ich muss mir fragen, nicht warum, das ist deinem. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich muss mit jemandem im VIP-Flügel reden. I'm sorry, but we don't permit unscheduled Visitors to that area. You'll need to ask whoever it is that you wish to visit, to make arrangements with me. Who exactly are you? Äh. Deputy Harold McDowell steht zu Dienst, ich brauche deine Hilfe. Das, das bin ich. Jetzt mach die Tür auf, du halbe Portion. Ich brauche deine Kooperation bei einer Ermittlung. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst dir Salomon Coe selber sein und meine Antwort wäre das gleiche. Nein. Alter. Und das sind die Regeln. Und das ist die Regeln. Und das ist die Regeln. Oh mein Gott. Äh, wenn das dann in letzter Anfang wäre was anderes. Ich brauche dich auf Richtlinie, obwohl Leben auf dem Spiel stehen könnten. Wir überzeugen ihn. Wir probieren. Okay. Äh. Die Menschen, die ich jahre, sind Mörder, Doktor. Ich weiß, dass eine... Überwinden. Äh? Ist nicht relevant. Was ist das für ein Hund? Warum schon? Ich bin sehr diskret. Ich probier's. Echt jetzt? Okay, es könnten unschuldige Menschen in Gefahr sein. Ja, denke ich nämlich auch. Diese Person, die beschützt, trägt Mitschuld an den Tod unschuldiger Menschen. Leute hören auf Free Star Ranger und einem Arzt mit schlechtem Wuff ist nicht viel wert. Hm. Oh, wir gehen richtig aufs Ganze. Shit. Ich hab so Bock, den in den Kopf zu schießen. So ein arroganter Hund. Oh, ich finde ihn so arrogant, den Typen. Und er will jetzt in sein Büro gehen, oder was? Wenn du denkst, dass du in die Medizin gehst, dann bist du wirklich sicher, bevor du zu es kommst. Wirklich sicher. Ich hoffe nicht. Aber das wird immer noch angezeigt, ne? Okay, ich lasse mich nicht von ihm aufhalten. Ich nehm jetzt hier einfach... Und jetzt kommt die gleich rein und macht die Tür wieder auf. Oh, ist die doof, ne? Mach die Tür zu. Ich warte mal einen Moment. Okay, der geht weg. Ah, ich hasse es. Okay, der passt hier schon mal nicht. Der könnte passen. Der könnte passen. Der könnte passen. Der könnte passen. Mach's mal so. Jetzt bin ich jetzt... Also jetzt mal im Ernst, ne? Jetzt habe ich genau den genommen, den ich bräuchte, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, hallo, Klinikpersonal. Ich, äh... Danke. Der will jetzt nicht echt reingehen, oder? Ne. Ist ein Badezimmer. Ich muss einmal ganz kurz auf... Äh, nicht auf Toilette. So. So, komm rein. Komm rein. Miss Sahara. Miss Sahara gestern. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Bin ich mal gespannt, was da drin auf uns wartet. Und wer da alles drin liegt. Au. anych mal! Oh. Oh. No. Oh. 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 You got olur merk. wie das toilettenpapier ja der hat einfach alle umgelegt hier ich war noch nicht fertig mit plündern wie kann sie es wagen na wo es kommt aber ok Feldflasche Wasserkohl versiegelte Wälder. Aha, Battle Meal. Okay. Da fliegt was. 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 Das ist ein bisschen krass. Wofür gibt es denn Kameras? Jetzt mal im Ernst. ich muss mal mit ihr sprechen das interessiert ihr alle nicht ach so hier kann ich nur das machen das ist doch schön verkaufen sonstiges wir haben so viel den ganzen kram kann ich verkaufen auf notiz blöcke wieder alles weg ich habe den laden hier ein bisschen auseinander genommen oder was habe ich noch hilfe davon habe ich ja tatsächlich nicht so viel ein paar notizen vielleicht einfach zwei bücher so ja genau ich hätte mal direkt ins cockpit gehen sollen ach man egal nein ja das freut mich herr techniker ich bin runter gefallen ich bin einfach runter gefallen hat weh getan habe ich hier die trägt wieder hier liegt keiner der rest ist unten ja ich weiß nicht ob hier einer drin ist sonstiges ne so abdocken dann wollen wir mal und ich ich das nicht ich Mal schauen, was uns hier an dem System erwartet. Okay, dann docken wir mal an und holen uns die Tanten. Sie redet ja wie arrogant, die redet ja nicht mal mit uns. Das kann auch nicht wahr sein, wie mies das ist. Ja, ich weiß, das war ja auch ich. Sieht irgendwie Schrott aus hier alles. Hier ist wahrscheinlich auch eine Dogging Station, ne Sterne, Ehrenklinik, okay. Joa, sehr entspannt da. Achso, oh ja, sehr spannend da. Ja, ich bin mal gespannt, du. Ab nativ. Nehme ich mit, alles mitnehmen hier. Okay. Okay. Ich hoffe doch. Ich werde jetzt nicht abhauen, ne? Also, weil du das denkst, nö. Hier kann ich wenigstens alles mitnehmen. Äquinox und Munition ist immer schön. Wird ich sie nicht eigentlich hier in der Station hier vorne schon ausfindig machen? Eigentlich doch schon, oder? Au. Wie frech. Ich soll wohl da runter. Ah, ne industrielle Werkbank. Bisschen Munition, Lebebahn, das ist doch immer schön. Oh. Oh. Obald. Ich geh noch mal nach oben. Ey! So. Marcel, dankeschön für dein... 12. 12. Seit einem Jahr. Ne, 9. Fortlaufender Monat. Aber seit einem Jahr folgst du mir. Bist du am Start. Dankeschön. So. Ich werde alles verkaufen hier. Du läufst, du trinkst so viel. Egal. Mach die Alte sogar nass, wenn ich voll beladen bin hier. Wie kann ich schlagen? Wie kann ich schlagen? Wie war denn das noch mit schlagen? Nervt mich doch nicht. Ich... 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 Nö. Ein bisschen Scheiß aus Papier. Alles mitgenommen, was hier nicht kniet und nageln fest ist. Oha. Shisha-Kanister. Ey. Sag mal. Was wollte ich noch mitnehmen? Credits noch dabei. So. Schnell schlag an. Wie ist das? Jetzt sag mal. So, ich mache das mit demenciaer Decker. Au. Du. Pfff. Haste. Ach. Du. Du. Mh... Wann ich grad gesungen oder was war das? Oh! Aha, ein Darts. Einen Haufen Klamotten, alter Schwede. Return of the Interceptor. Wird alles so hart verkauft, ey. Ein Digi, Dietrich. Das war der Eingangsbereich gerade da, ne? Da ist noch einer. Ich weiß noch nicht, wo der rumkommt. Ich weiß noch nicht, wo der Ratsch ist. Ich hab ein Hecht. ich bringe mal kurz ein paar sachen auf schiff sehr gut ich gebe ihnen das erst mal kleidung haufe kleidung leider schwede ein shit wie dumm warte mal warst du kleidung security das musiker wieder anziehen so dann haben wir hilfe alien jerky back garantieren mailbag das weg mir flaschen mitgenommen e4 e4 ist kein alkohol das behalte ich mal bei mir und dann haben wir noch sonstiges irgendwie viel ertragen kann schwester sind die hanteln glaube ich die ich hier mitgenommen hatte das war schon das net kleidung das wieder anziehen ist order hier da dann holen wir uns die alte mal wir wollen uns auch ein bisschen kobold dazu würde ich sagen wenn wir schon hier sind emergency die scheint da unten irgendwo zu sein und sie hat einen roboter sie hat den rest gemacht ja gut alles klar geht ja auch und kata ist ja auch dabei gewesen also die ist kaputt das ist aber riesig hier das ist cavern es ist wie ein enormes geode kristallin formations like das sind incredibly rare warum das ist was abandoned ich habe ich gerade die piecher machen wir platt wenn wir unten sind ein , ich habe ich mich das ich in sind ich 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 wollte doch gar nicht hier runter. Du Juter-Scherben-Hüpfer, du. Kann ich den vielleicht für mich? Einmal hier. Feind-Feind-Aktualisierung. Das finde ich gut. Aktivieren. So. Ich würde jetzt ganz gerne doch tatsächlich nochmal hochfahren wollen. Denn ich habe gesehen, dass da oben noch was ist. Tschüss, Miss Sahara. Dann haben wir wenigstens noch einen Roboter dabei, der uns wieder ein bisschen unterstützt. Das ist auch ganz gut. So. Alter, Schwede, das ist ja auch... Hallo. Ja, wichtig ist die Karotte hierbei. Die sind jetzt hier lang. Das ist auch inzwischen. Oh. Ich habe gar nicht gesehen, den Scherben-Hüpfer. Was? Ich will hier gar nichts essen. Ich will hier gar nichts essen. Hey. Ich verkrüppel dich. Mach mal. Wo bin ich denn jetzt? Nein. Ich habe meine Gesundheit nicht im Auge gehabt. Shit. Oh. Wo starte ich? Oh, ne. Oh, ne. Echt jetzt? Ey, nicht mal ein Zwischens... Oh. Was ist das für ein Spiel manchmal? Der macht nicht mal ein Zwischensafe hier. Ja, man kommt zu, ey. Oh, ist das... Was soll denn das? Ist ja richtig doof.